Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder am Start seid und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Buff aka Nerfshelle, das heißt ich habe ja letztens schon mal so ein Video gemacht, mehr oder weniger ein Review des letzten Patches, das heißt ja Patches bringen immer viel viel Wirbel mit, das heißt einige Chams werden genervt, einige gebuft, vor allem wurden die Articary Items ziemlich gechanged, neue Items kamen auch dazu und jetzt fragt man sich natürlich, was hat denn diese, also ich frage mich das zumindest, ihr vielleicht nicht direkt, aber es interessiert euch mit Sicherheit trotzdem, was ist denn jetzt genau passiert, ja, welche Auswirkungen auf die Champions, welche Champions sind jetzt broken, welche Champions sind vielleicht kacke, wer hat am meisten davon profitiert und genau das werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Anfangen bei der ganzen Sache meine Freunde, wollen wir mit den absoluten Losern, den Verlierern des Patches quasi und hier haben wir einen zunächst gewaltigen Champion, nicht gewaltig, weil er gewaltig groß ist, sondern weil es einen gewaltigen Wirbel um ihn gibt und zwar Yasur. Ich muss mittlerweile sagen, es ist eine Hassliebe, ich hasse es wie die Pest gegen Yasur zu spielen und es ist mein absoluter First Bun, aber man kann sagen, was man will, Yasur zu spielen, wenn man es halbwegs ordentlich macht, macht unglaublich viel Spaß. Aber gut, dieser Champion hat schon über die letzten Patches immer und immer wieder gelitten, das heißt, seine Winrate ist mittlerweile absolut im Keller, vor allem auch nach dem letzten Patch und bei dieser Winrate müssen wir dazu sagen, sie wurde schon gehotfixed. Ja, normalerweise Hotfix, vielleicht kennen das einige, das heißt, wenn Riot merkt, ne, läuft noch nicht so ganz, der letzte Patch war nicht so gut und bis zum nächsten Patch dauert zu lange, müssen wir instant was zwischenwerfen. Das heißt, Yasur hat einen Speedbuff bekommen und trotzdem ist seine Winrate so absolut katastrophal. Ich kann das natürlich sehr, sehr gut erklären, indem wir sagen, ja, Infinity Edge ist horrible, denn zum einen ist ja kein Crit-Item mehr drin, ja, der alte Yasur konnte einfach mal dieses Crit-Ding bauen und hatte dann 100%. Außerdem denke ich, dass eine Crit-Damage-Erhöhung deutlich geiler auf Yasur ist als True-Damage. Du spielst zum einen sowieso mit Conqueror, dadurch hast du True-Damage und zum anderen hast du Armor-Penetration auf deiner Ultimate. Ist also alles nicht so geil. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Seel-Litems verteuert wurden. Rip Yasur. Danach muss man sagen, die Leute, die Yasur spielen, sind anscheinend entweder komplett kernretarded oder ultra loyal, denn seine Winrate ist 0% gesunken, mehr oder weniger, also nahezu identisch. Chapeau. Entweder ihr habt keine Gehirnzellen oder ihr seid wirklich die treuesten Menschen der Welt. Aber natürlich für Leute, die so ein bisschen aufgepasst haben, beziehungsweise sich in LOL auskennen, die wissen, dass Yasur nicht der einzige Artic-Carry-Nahkampf-Crit-Champion ist. Wir haben nämlich ebenfalls Tryndamere, ein Champion, den sehr, sehr viele Leute ebenfalls hassen. Tryndamere baut ebenfalls ein Seel-Item als es ist, sowas wie Statics oder Phantom-Dancer. Das Ding ist teurer als Scheiße. Außerdem baut er super gerne Infinity Edge. Das kommt immer drauf an, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Aber, was tötet Tryndamere? Tryndamere tötet Magier und Artic-Carries. Und die 1, 2, 3 schottet er ganz gerne. Da braucht er keinen True-Damage oder sowas. Da braucht er einfach nur fette, dicke, geile Crits. Und deswegen ist das natürlich hier auch nicht so geil. Ein Artic-Carry, der greift natürlich gerne Tanks an. Für den ist der True-Damage echt in Ordnung im Late-Game. Aber für sowas eher nicht so. Und deswegen könnt ihr sehen, seine Win-Rate ist doch ganz schön runtergegangen. Und vor allem im Jungle, da kannst du Tryndamere, da ist es um 3% runtergegangen. Das ist schon ordentlich. Als nächstes auf meiner Liste, meine Freunde, haben wir die zwei absoluten insane Meta-Sklaven-Gott-Tier-Broken-Jungler. Graves und Chinchao-Xinzao. Beide haben nämlich im letzten Patch einen Nerf erhalten. Und dieser Nerf hat sogar sehr, sehr weh getan, muss man tatsächlich sagen. Wenn wir uns ihre Win-Rate anschauen, muss man aber feststellen, das interessiert die gar nicht. Weil deren Win-Rate war so weit oben im Himmel des Gottes, der Elo des Jungles. Jetzt ist sie halt nicht mehr ganz so weit, jetzt ist sie nur noch bei Elo des Jungles des Gottes. Das heißt, ihr könnt sie absolut spielen. Sie sind vielleicht nicht mehr Free-Win. Sie sind aber nach wie vor sehr, sehr starke, potente Jungler. Und wer Elo machen will, sollte sich auf jeden Fall einen der beiden schnappen. Dass man bei verschiedenen Statistiken immer ein genaues Auge drauf haben sollte, das sehen wir bei unserem nächsten Champion, Kindred. Kindred wurde im letzten Patch gebufft tatsächlich. Ich freue mich da tatsächlich für alle Kindred-Spieler an dieser Stelle. Kann man gerne mal applaudieren. Ein bisschen Kindred-Liebe ist tatsächlich in Ordnung. Und wir sehen, ihre Win-Rate ist runtergegangen. Nach einem Buff, ja. Aber wenn man natürlich mal ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, hey, da spielen jetzt mehr Leute Kindred. Kindred, muss man ehrlich sein, ist gar nicht mal so ultra einfach. Mechanics und so weiter ist relativ okay. Man muss doch schon so ein bisschen wissen, wie man alles macht. Und deswegen sehen wir natürlich mehrere unerfahrene Leute spielen Kindred. Win-Rate geht runter. Das heißt, wir werden, wenn die dann wieder aufhören Kindred zu spielen, sehen, dass auch Kindreds Win-Rate demnächst wieder hoch geht. Und damit, meine Freunde, kommen wir jetzt zu den absoluten Gewinnern, den Rasier-Raketen des Patches. Und zwar haben wir als erstes natürlich zwei Marker, die Buffs bekommen haben. Hier haben wir erstmal Viktor. Viktor hat plus 2,06% Win-Rate dazu gemacht. Er hat einen guten Buff bekommen. Er ist immer noch im negativen Bereich, wobei man auch hier ähnlich sagen muss, wie Kindred, ja. Viktor ist sehr, sehr schwer zu spielen. Ist gar nicht immer so einfach. Wenn du mal Positioning falsch stehst, bist du sofort tot. Der Laser ist auch relativ schwer zu treffen. Das heißt, ja, Play-Rate ist hochgegangen. Win-Rate ist trotzdem hochgegangen. Das heißt, hier können wir noch erwarten, dass sie definitiv ein bisschen höher wird. Außerdem wird ja Rylas in letzter Zeit immer mal wieder gebufft und andere Items. Ich denke, wir können uns demnächst, ich weiß nicht, ob wir uns freuen können. Ich glaube eher nicht, aber darauf einstellen, dass wir sehr, sehr viele Viktors sehen können. Noch nicht im nächsten Patch, vielleicht in so 2, 3, 4, 5 Patches, aber dann wird Viktor wieder im Trend sein. Call ich jetzt einfach mal. Über den anderen Champion, meine Freunde, da freue ich mich auch nicht drüber. Und zwar ist es ein Champion, der einen Katalysator im Inventar hat, einen Dorans Ring und eine Träne im Zweifel. Und dich mit einer QE-Kombo um 60% erleichtert. Wenn du auch ein Ignite dabei ist, dann bist du wahrscheinlich sogar irgendwie tot. Ja, und zwar Anivia. Anivia hat einen geilen Buff auf ihrer QE bekommen, weniger Cooldown und mehr AP-Scalings. Und das sieht man auch an ihrer Winrate, plus 2,7%. Sie ist jetzt bei fast 53% und damit vermutlich einer der besten Midlane-Champions aktuell. Das heißt, kleiner Geheimtipp hier an dieser Stelle schon mal, pickt Anivia, wenn ihr sie könnt und wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann sie weder noch und noch kann ich sie spielen. Also das war dasselbe und noch habe ich Bock auf sie. Wieso? Jetzt haben wir es. Und deswegen werde ich wahrscheinlich keinen Anivia picken. Aber, ne, nur zu. Wer Bock hat, der kann es gerne machen. Habe ich eigentlich gesagt, wir haben zwei Mages. Ich habe keine Ahnung, jetzt wirklich nicht. Es sind auf jeden Fall drei Mages. Und der letzte Mage ist sogar noch krasser, was den Winrate-Anstieg angeht, als Anivia. Und zwar Delia. Wer? Talia, ist doch klar. Hallo. Talia hat ziemlich viele Challenges im letzten Patch bekommen. Da waren einige Sachen gut, einige Sachen schlecht. Und Leute haben schon geschrieben, boah, das wird Talia kacke machen. Das wird sie richtig halt nerven. In Wahrheit muss man sagen, ist Talia jetzt doch ziemlich krass. Denn sie hat einen Winrate-Anstieg von 3,28%. Das ist super insane. Ihre Winrate overall ist nicht so krass wie von Anivia. Müssen wir fair sein. Wobei Talia deutlich schwieriger ist als Anivia. Und definitiv kniffliger. Und wenn wir uns berücksichtigen, wo sie herkommt. Sie war wirklich mit ihrer Winrate ganz, ganz weit unten. Dann ist das schon ein absolut guter Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Das heißt, auch Talia-Spieler können die jetzt auf jeden Fall hier mit wieder auspacken. Jetzt werden natürlich einige von euch sagen, äh, 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 Tobi, sag mal. Was ist hier eigentlich los? Du sagst hier Buff-Schelle, Nerf-Schelle und das ist fette Adi-Carry-Patch. Aber wir haben doch gar nicht über Adi-Case geritt. Richtig, machen wir jetzt. Und zwar ist es nämlich so, wir können ja schon mal etwas denken. Wir hatten Yasuo und wir hatten Tründer mehr. Zwei Champions, die Crit-Items gebaut haben. Beide Champions sind wohin gegangen? Richtig nach unten. Ganz ordentlich nach unten sogar. Und man kann ja auch wirklich seinen Kopf benutzen und überlegen, wie diese Challenges funktionieren. Und zwar wurden Lane-Bullies ja sehr, sehr hart bevorzugt gebufft. Und alles, was Crit baut, ist relativ rip. Führen wir uns einfach mal ins Szenario. Fangen wir an mit Draven. Draven wurde super krass gebufft. Warum ist Dravens Win-Rate nach oben gegangen? Ganz einfach. Wir nehmen an, Draven gegen Jigs. Draven baut irgendwas, sagen wir einfach. Ich hab echt keine Ahnung. Aber Stormrazors, Blutdürfen. Spekulieren wir einfach. Zwei Items, die unabhängig als einzelne Items extrem stark sind. Super viel Power geben und sofort Power geben. Ja, die gute Jinx baut Infinity... Ich mein, Jinx gegen Draven ist echt ein schlechtes Match, aber das ist egal. Jinx baut Infinity Edge und Statics. Statics oder von mir aus auch Rapid Fire oder irgendwie Runans. Ist egal. Auf jeden Fall ist sie mit nur Statics kacke. Die muss ja mit Statics anfangen. Richtig schwach. Und selbst wenn sie Infinity Edge dazu hat, ist das relativ scheiße. Weil Infinity Edge gibt True Damage. True Damage ist so... Ist jetzt nicht so richtig geil gegen Articles. Gegen Tanks schon, aber Tanks sind erstmal nicht da. Das heißt, sie scaled ins Late Game sowieso als Jinx. Aber gegen den Draven auf der Lane hat sie halt gar keine Chance. Gar 0% Land. Und deswegen sind einfach Bruiser Champions sehr, sehr stark. Und Crit bauende Champions sind einfach komplett kacke. Ja, natürlich kannst du auf Draven irgendwann sagen, okay, ich rasiere erstmal die Lane weg. Und dann gehe ich auf Crit, bauen mit Infinity Edge, Statics und so weiter. Das ist okay. Aber meistens bauen diese Champions nicht direkt Crit. Und deswegen ist auch so ein Champion wie Lucien super stark. Champions, die richtig reingeschissen haben, sind wie gesagt, alle die Crit mehr oder weniger direkt bauen. Vor allem Catelyn. Ich hätte gedacht, Catelyn geht richtig ab, weil Lane Bullies ja sau stark sind. Aber Catelyn ist ganz unten am Ende der Nahrungskette, Leute. Die braucht ihr wirklich nicht mehr auspacken. Und jetzt kommt mir nicht mit Catelyn nicht stark. Die Wünsche entspricht da wirklich gegen. Aber... Ja, wir haben Draven, wir haben Lucien. Beide sehr, sehr starke Artic Carries in der aktuellen Meta. Es gibt aber eine Königin. Eine Königin, die ganz weit oben herabschaut auf alle Artic Carries, sogar auf Draven und Lucien, geht ins genau selbe Fenster rein. Und zwar mit Fortune. Ja, die gute Fortune hat nämlich quasi diesen Poke-Charakter. Das heißt, sie ist sehr, sehr stark im Early-Game. Sie poked die Gegner einfach komplett down. Sie geht meistens auch keine Crit-Items. Sie kann Crit-Items gehen, aber sie kann alles Mögliche mehr oder weniger schon fast bauen. Aber muss halt nicht mit Crit-Items anfangen. Ist super stark und deswegen ist Miss Fortune... Sie hatte immer Phasen, in denen sie einfach Patches lang ultra-OP-broken ist. Und wenn ihr aktuell Articare-mäßig den besten Articare haben wollt, dann pickt ihr Miss Fortune. Ich muss auch sagen, ich glaube, sie ist noch ein bisschen hidden. Die meisten wissen noch gar nicht, dass sie so broken und stark ist. Aber deswegen guckt ihr ja mein Video, damit ihr jetzt wisst, hey, Miss Fortune ist komplett GG. Okay, mehr oder weniger ganz zum Schluss der Champion-Nahrungskette habe ich noch einen Champion, der mich komplett tiltet und der leider auch sehr, sehr gut geworden ist. Ich weiß nicht, was ich hier gerade für eine Pose mache. Master Jihad. Master Jihad wurde ebenfalls gebufft. Und Master Jihad hat jetzt eine Win-Rate von plus 2,59%. Ich hasse Master Yi, dieser Champion ist zum Hassen. Und zu hassen ist hassen hassen. Ich hasse den einfach, ja. Ist einfach so. Ähm, viele abusen aktuell auch die Mechanics. Das heißt, Master Yi, Taric, Master Yi, Kale, Master Yi, Lulu, Master Yi, Morgana, was weiß ich. Alles mögliche mit Master Yi. Und, ähm, alle, die Master Yi spielen, sind ehrenlos. Das möchte ich an dieser Stelle einfach droppen. Aber, ja, ich meine, klar, Master Yi hat auch seine Schwächen. Und zwar wird er nämlich von Retards gespielt. Naja, gut, das wollte ich loswerden. Ich hasse Master Yi. Spaß beiseite. Das war natürlich ab zu der Troll, wie ihr hier an dieser Statistik sehen könnt. Seine Win-Rate ist komplett in Kelle gegangen. Also fangt bloß nicht an, diesen Champion zu spielen. Der ist RIP. Und eine Sache möchte ich noch reden. Und zwar über Haik. Haik ist ein Champion, wo ich gesagt habe, Leute, das wird ein Support Assassin. Und dann alle, hey, Tobi, bist du doof? Er guckt dir mal an, ey. Der wird Midlander, der wird Toplander, ey. Der wird Jungler, ey. Spiel mal nicht mal Support, ey. Das ist ein Assassine, ey. Der hat ein Pfaff in der Hand. Tatsächlich ist er ja, wurde es gar nicht angezweifelt. Fast alle haben ihn instant auf Support gespielt. Es gab ein paar Leute, die haben ihn im Jungle gespielt. Ähm, grundsätzlich, meine Meinung zu Haik. Ich denke, am ersten Tag hat er eine Win-Rate von 38%. Mittlerweile ist er bei 42%. Dieser Champion ist, ja, ich meine, ich sag mal so. Der ist grundsätzlich sehr, sehr squishy, aber schwierig zu töten teilweise. Denn wenn ich als Talon über eine Wand springe und ihn anspringen will, der macht einfach seine Weh an und ist wie so ein glitschiger, flutschiger Aal. Der ist sofort weg. Unsichtbar weg. Kriegst du gar nicht. Und auch in Teamfight musst du den fast schon first fokussen, weil der sonst sein Team irgendwie umbringt. Aber ich denke, Pyke kann sehr, sehr potent, sehr, sehr stark werden und wird definitiv irgendwann auch in der LCS gespielt werden. Die Frage ist halt nur, wie gut das Ganze klappen wird. Und ich denke, es ist erst noch natürlich so ein Early-Game-Mid-Game-Pick. Ich denke, im Late-Game kann er aufgehen, aber da gibt es definitiv bessere Supporter. Aber lassen wir das Ganze doch einfach mal berieseln und warten ab. Ein ganz kleines Endwort habe ich noch. Eine Schlussklausel. Und zwar ist dem einen oder anderen vielleicht oben links aufgefallen, dass der Top-Donator noch da war. Das war kein Versehen. Das war absichtlich so. Das heißt, ich werde jetzt die zukünftigen Videos immer den Top-Donator oben links in der Ecke drin lassen. Zumindest da, wo ich irgendwie eigenes Gameplay-Material habe oder das irgendwie damit reinbringen kann. Denn ich werde jetzt aktuell schon mal sparen. Ich brauche noch eine Kommode für meine neuen tropischen Ameisen. Die sind aktuell auf Schaumstoffmatten. Das ist nicht so geil. Außerdem möchte ich natürlich auch irgendwann für meine tropischen Ameisen ein Tropen-Aquarium einrichten. Abgesehen, dass man das ganze Becken erstmal kaufen muss, wird es wahrscheinlich bestimmt. Ich habe echt keine Ahnung, aber locker so 200, vielleicht sogar 300 Euro kosten. Ja, es ist ein bisschen Sellout, aber irgendwie für den guten Zweck. Und der, der donatet, hat auch so ein bisschen was davon. Also kleine Information. Ich wünsche euch dennoch was. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiedersehen und Tschüss.